Hey, ich bin's nochmal. Jetzt haben wir hier ein Audi RS6. Ihr habt es richtig gehört. RS6, kein S6. Hier haben wir ein kurzes Foto. Matt Grau gehalten. Sieht richtig brachial aus mit den riesengroßen Latschen. Carbon. Ja, Carbon Scheinwerfer. Carbon-hebte Fuse haben wir. Genau diese riesengroßen Latschen, wo gerade mal ein Finger dazwischen passt, zwei kriege ich nicht mehr rein. Schauen wir das mal von innen an. Das ist Carbon. Wie ist das gute Stück? Wie ist das? found